moin moin liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge merkwege historische nachrichten wie immer geht der dank zuerst an die patreons herzlichen dank wirklich für die unterstützung ist eine super sache und wenn ihr uns auf diesem wege eventuell auch unterstützen möchtet schaut gerne in die infobox dort findet ihr einen entsprechenden link das ganze ist monatlich kündbar kostet drei euro im monat und bringt zugang zum discord server sowie so wie ich es schaffe bonus content das ist gebe ich offen zu mal mehr mal weniger heute schauen wir uns nachdem wir das in der letzten ausgabe auch schon getan hatten direkt noch mal eine sage an und zwar diesmal aus dem hund zurück ich habe es ja letzt mal erwähnt da hatte ich dann ja schon wieder eine sage aus meiner heimat gewissermaßen dabei und wollte aber ja und habe es auch schon mindestens einmal gesagt auch mich in andere regionen mal mehr entführen lassen in dieser hinsicht und jetzt habe ich gedacht weißt du was bevor du das wieder verbaselt und womöglich beim nächsten mal wenn du eine sage machen willst wieder in letzter sekunde auf was aus der heimat zurückgreifst ziehst du es jetzt mal eben durch und machst direkt schon mal das geplante ding aus dem hund zurück und so mache ich dann hoffentlich den auftakt da den blick sagen technisch auch mal ein bisschen weiter zu streuen geografisch und hoffe dass euch das freut in dem sinne keine weiteren worte und hier kommt eine sage aus dem hund zurück der schwebende heuwagen an der nordgrenze des saalgebietes im wald zwischen hermes keil und nonnweiler zeigt sich auch noch ein anderer spuk schon oft sah hier der einsame wanderer inmitten des waldes einen schwer beladenen heuwagen der an einem garnfaden hing und etwa eine elle hoch über dem erdboden schwebte auf dem heuwagen stand ein schwarzbärtiger mann mit glühenden augen der in stummer gebärde den wanderer herbei winkte da niemand den mut hatte dem wagen sich zu nähern sondern jeder sich schleunichts davon machte wusste man lange nicht was der spuk wollte endlich fasste sich einer das herz und trat mit angst und mit zitternden gliedern näher hinzu der mann forderte ihn durch gebärden auf unter dem wagen durchzukriechen aber das wagte weder er noch sonst jemand bis heute so dass man auch heutzutage noch in gewissen nächten den schwebenden heuwagen sehen kann ja diese sage habe ich jetzt ausgesucht einfach weil sie für meine begriffe jedenfalls relativ skurril ist das ist der erste punkt der zweite punkt ist weil sie natürlich für manche leute vielleicht assoziationen mit dem ufo phänomen wecken kann das wäre der zweite punkt und der dritte punkt ist der dass hier ganz explizit davon angest die frage angesprochen wird was der spuk möchte beziehungsweise dass der spuk etwas konkretes möchte und damit fangen wir jetzt vielleicht mal an das ist etwas was man implizit dann in unterschiedlichen sagen sage ich mal finden kann also die idee dass so ein spuk nicht einfach nur so stattfindet sondern dass der gewissermaßen etwas bewirken möchte dass die menschen irgendetwas machen das kann die verschiedensten formen annehmen hier haben wir jetzt das skurrile beispiel dass man unter diesem heuwagen durchkriechen soll zu welchem letztlichen zwecke erfahren wir natürlich nicht falls sich keiner getraut hat angeblich beziehungsweise weil die geschichte hat einfach so geht dass sich keiner getraut hat aber das kann auch viele andere formen haben das berühmt oder sagen wir mal ein gängiges und denke ich recht bekanntes motiv wäre dann natürlich gerne spukfälle bei denen der spuk selbst der geist einer verstorbenen person ist die in irgendeiner form befreiung braucht erlösung braucht und dafür dann eben die mitwirkung der betroffenen menschen irgendwie erwirken möchte davon gibt es dann natürlich unzählige detail varianten es ist also wirklich was sehr sehr wiederkehrendes naja und hier wird aber eben das nicht nur so erwähnt oder das ist nicht einfach nur teil der geschichte sondern es wird ganz explizit gesagt der spuk möchte was es wusste nur keiner was eine ganze zeit lang also die idee dass so ein spuk eben was bezwecken möchte bei den menschen ist da direkt involviert oder angesprochen und ausgesprochen das fand ich höchst spannend ist jetzt nicht so dass man das sonst nirgendwo findet aber meinem gefühl nach zumindest findet man das in dieser expliziten aussprache schon eher weniger ja die skurrilität vielleicht als nächsten punkt aufzugreifen liegt irgendwo auch da drin natürlich mitbegründet also man kann sich halt erst mal schweren reim drauf machen wofür soll das ein symbol sein oder was soll das darstellen oder was soll das bedeuten ein schwebender heuwagen mit einem typen drauf der aus einem grund will dass man unter dem heuwagen durchgeht also da ist man erst mal so ein bisschen überfordert vielleicht könnte man ist sogar high strangeness nennen in einer gewissen weise das überlasse ich dann jedem selbst ist aber auf jeden fall habe ich auch schon öfter erwähnt immer für mich so ein anziehungspunkt sagen die nicht so ausgeprägten narrativen kern haben sondern wo ein starkes skurriles element irgendwie drin ist mit dem man erst mal zumindest nicht so viel anfangen kann ich habe mir überlegt dass das vielleicht sogar mal interessantes kleines nebenprojekt wäre solche wünsche in anführungsstrichen von spuken in sagen mal etwas systematischer zu betrachten worin ähneln sie sich welche motive kann man vielleicht wiederfinden häufiger welche er nicht das also vielleicht für die zukunft muss ich mal schauen ob ich das verfolgen möchte und ob ich dazu komme aber ganz uninteressant finden ist nicht vor allem dann eben hinsichtlich solcher in anführungsstrichen unklaren fälle wie diesem hier der letzte punkt der mich aufmerksam gemacht hat war natürlich die erscheinung des spuk selbst also es ist die rede von einem heuwagen und zwar nicht irgendeinem sondern einem der schwebt ungefähr eine elle über dem boden also sagen wir mal 30 cm bis einen halben meter und der ganze soll das ganze soll aufgehangen sein an einem faden und dann ist da auch noch jemand auf diesem heuwagen drauf ein mann offensichtlich ein bärtiger mann der dann eben irgendwie versucht zu interagieren ja ein schwebender heuwagen ich will jetzt wirklich nicht sagen dass ich das für das richtige oder angemessene umgehen mit so einer sage halte aber man muss doch konstatieren es ist eine art darauf zu reagieren nämlich sich zu fragen ist das ist das nicht eigentlich ein ufo erlebnis würden wir sowas heute nicht eigentlich ein ufo erlebnis nennen irgendein größeres schwebendes objekt dass man hier vielleicht mangels besserer sprachmöglichkeiten als heuwagen bezeichnet und dann auch noch mit einem mit einer mit einem wesen oder einer person die da irgendwie drin oder drauf ist also ich bin schon der meinung da kann man parallelen zu modernen ufo erlebnissen finden ich sage nicht dass da ursächlicher zusammenhang sein muss aber so rein von außen betrachtet denke ich kann man diese parallelen schon finden und wenn man sich mit diesen themen beschäftigt so wie ich kann man es auch nicht verhindern dass man daran denkt also mir geht es jedenfalls so wenn ich sowas lese dann denke ich automatisch irgendwie ist das vom ganzen her gar nicht so weit weg von manchen modernen ufo berichten die man so im laufe der zeit zur erkenntnis genommen hat der faden an dem das ganze vom himmel hängt ist natürlich jetzt eher seltener anzutreffen seltener bis gar nicht behaupte ich jetzt mal ich kann jedenfalls aus dem kopf mich an keinen ufo fall erinnern in dem explizit von einem faden die rede ist wir kennen natürlich manche mystery airship fälle bzw ich glaube nicht manche sondern ein oder zwei in denen von einem herabhängenden seil die rede ist zum teil in dem ein fall glaube ich mit haken dran oder anker dran wir kennen auch mittelalterliche sagen von himmelsschiffen deren anker herabhängt und dann kirchtürme rammt zum beispiel auch von verschiedenen orten also dass ein seil oder sowas involviert ist kennt man grob in dem kontext schon dass das objekt daran aber explizit aufgehangen ist wüsste ich jetzt zumindest ad hoc aus dem moderneren bereich nicht aber auch hier kann man sich dann natürlich denken na gut vielleicht ist das eine umschreibung für etwas was wofür halt an keine anderen worte da waren also was man zum beispiel ja in modernen ufo erlebnissen öfter hört sind lichtstrahlen verschiedener art und naja vielleicht ein nach oben gehender lichtstrahl je nachdem wie er denn aussieht mag vielleicht auch mal als faden interpretiert werden oder im laufe der zeit so um interpretiert werden ja ist eine schwierige situation weil ich wie gesagt ja eigentlich gar nicht sagen möchte dass ich das jetzt unbedingt also ich behaupte jetzt nicht ja hier ist halt einfach ein erlebnis gewesen das ist ähnlich oder genauso wie heutige ufo erlebnisse und hat sich jetzt halt in dieser sage dann nur mit einer anderen art darüber zu sprechen niedergeschlagen erkenne ja an dass sagen auch manchmal oder wahrscheinlich meistens auch oft einfach nur sagen sind die können ihren kern ich glaube schon dass sie häufig ihren kern in tatsächlichen geschehnissen haben aber wir haben natürlich keine chance nachzuprüfen wie viel von dem was wir jetzt von so einer sage hören dann wirklich teil eines solchen erlebnisses gewesen ist wie stark das verändert worden ist und so weiter und so fort haben einfach keine chance das nachzuprüfen das ist klar und insofern will ich da auch nicht spekulieren aber es wäre auch irgendwie unehrlich wenn ich diese assoziationen die ich da habe gar nicht erwähnen würde denn die habe ich nun mal und das liegt halt einfach an den dingen mit denen ich mich beschäftige leute die sich mit diesen dingen nicht beschäftigen werden diese assoziation sicherlich nicht haben naja ich habe sie wie erwähnt und das macht sowas dann natürlich irgendwo auch noch mal interessanter weil es ein anknüpfungspunkt eben zu anderen themen und in die heutige zeit vielleicht sogar ist und insofern musste ich es doch auf jeden fall erwähnen und insofern hat es auch zu meiner auswahl dieser sage beigetragen falls sie aus der gegend kommt lasst es mich wissen würde mich interessieren ist ja immer schön diejenigen sagen in denen mit gesagt wird dass man noch heute etwas erleben kann ein grober ort ist ja auch angegeben also falls sie von da kommt und seltsames erlebt habt lasst es mich auf jeden fall wissen ist ja klar gut leute soweit ich verabschiede mich wieder in den urlaub wünsche euch als gute hoffe das war etwas interessant und sage wie immer reingehauen also so